Musik 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 Yo Leute, hallo, herzlich willkommen zu Ruhe Oh, war Face Jetzt haben wir Toto Juuu Eigentlich kommt jetzt jeden gegen jeden, aber Der hat mordet scheiße Habe ich festgestellt Und ähm Ja, Luftangriff spielen wir jetzt und ich hab keine Ahnung was wir machen müssen Ja, vor allem wir machen Zerstörung Oh, äh, Zerstörung nicht Ja, Luftangriff ist halt das Aktivieren Ich bin tot Weiß nicht Äh, ja, wir sind im Team Not Ich weiß nicht was, aktivieren also Wir sind das A, okay Du musst es wirklich einnehmen, so dass wir bombardiert werden Ja Dass wir bombardiert werden, nicht wir What Ich wohne hinten, alles klar Ist mir egal wer bombardiert denn Hauptsache, boah, wo kam der? Es wird irgendwas bombardiert Eben, der war unsichtbarer Arsch Aber die Animation gefällt mir oben What the fuck, Alter, die gehen übelst abgeworfen Ja, eben alles weg, der Typ Wir bauen einfach besser Waffen, das ist unglaublich Ja, auch besser Waffen Ja, kaufen, ich hab kein Geld Also ich hab jetzt mir grad die Stiefel gekauft Also du gesagt, ja, kaufst die Stiefel Ja, natürlich, die sind auch gut Für Schutz und so Ja, eine Waffe wäre besser Ja, Waffe wäre besser, ja Waffe wäre besser, ja Hab ihn, hab ihn, hab ihn, go, go, go Oh, von dir Komm nicht Aber den nächsten ab nächsten Komm doch vor jetzt Och, Leute Komm doch Ich hab diese weggemacht Jetzt müsst ihr auch mal pushen Ich musst du voice-schweißen, also Alter Ja, da gibt's glaube ich voice-schweiß sogar Oh, ein Premium-Triple-A-Titel oder was? Sagste Ah, wie es dir gesehen Ja, alles gut Ja, alles gut Lass mal laufen Nein, lass laufen Lass laufen Lass laufen Lass laufen Na, die Runde ist fertig Ja, cool Zerstörung Wir wurden zerstört, ja Wahrscheinlich Lighthouse Ja, nimm mal Lighthouse Komm Stimmen wir zu Was hab ich für eine KD? Wow Sogar eine 2.4 nur Alter wie ich die KD wieder schweier 4.0 Da ist eine 4.0er KT Unser Team hat nur 0.5 und der Bess hat 1.2 Eine 6.5 Das ist was für Lappen Was für Lappen 3$ bekommen, Alter 9 da wird man reich du erstmal auf Waffe gehen was kaufen wir denn jetzt? Ausrüstung, Primärwaffe du kannst auf Händler wählen und dann kannst du Waffe wieder nehmen was kaufe ich mir jetzt? ich hab 3-1 guck mal was das für Waffen sind oh die hat schon mal mehr Schaden, mehr Reichweite, weniger Schuss das ist geil, da kannst du die Waffen im direkten Vergleich sehen wie will ich? 7 ich hab mir 5 Stiefel nicht gekauft kaufe ich mir jetzt permanent das beginnt ja also ich hab mir jetzt ne neue Waffe gekauft ich weiß zwar nicht welche aber die hat nur 27 gekostet und war permanent und hat mehr Schaden gemacht als meine schießt aber, hat weniger Schiss pro Minute naja, guck mal was das taugt find silhuten aus eigenbeschuss aus da rechts steht find silhuten silhuten silhuten, du hältst neun wochen neun wochen, alt ja neun wochen hatte ich keine richtige Schule das ist Zeit, dass du mal aus der Schule kommst und mal was arbeitest du fauler Sack sechs Wochen verheben und drei Wochen hab ich keine Schule eigentlich gehabt, richtig ich war zwar da aber okay, das ist Zeit, dass du aus der Schule rauskommst ich mach weiter Schule sogar ich bin dann in der 10 Lern mal was so Maurer werden so, hättest du ein gescheiter Beruf gelernt was Maurer? war Spencer Spruch so er hat einmal zu einem gesagt, hättest du Maurer werden so, hättest du ein gescheiter Beruf gelernt ach so, ja ja, jetzt kann ich hier, genau, weiß schon Flughafen Tower, genau zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Juhu, es geht los aber ich bin nicht anwürdig begabt ne, du könntest, äh, Esser werden dann vorkommen ah, ja bin ich schon aktiviert Futur was? da muss ich E-drücken zu decken, brauche fuck da muss ja E-drücken, um das Ding zu aktivieren, lecker wird Alter Abikott können, was? nein, Kommandoposten erobert einer unserer Kommandoposten, man muss den verteidigen dann ich muss auf E-drücken, dann 30 Minuten warten oder so und dann, äh, ja muss er noch verteidigen wir haben du Idiot boah, Double Kill Alter 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 800 Punkte zweiter Alter Alter 100 die waren verrückt Der ist verteidigen nein Kippe the flag auf wird er ist erster Mann endlich mal besten Lappen geben wir die Verhauter du könnt rein schauen wenn ihr wollt hey, schaut rein, wenn ihr unsere Videos anguckt schaut weiter rein ne ich meine den Clan von uns hey, könnt ihr beidrehen, kostenlos momentan momentan also im nächsten Jahren wird es auch kostenlos mindestens wenn wir dann 2 Millionen Hauptmonetten haben ab wenn wir 1 Millionen Abonetten haben, kriegt das Geld zurück oder auch nicht oh, ja geil, ich wollte irgendwie teleportieren und bin zurück ihr habt euer Geld zurückgekommen, ich glaub ihr spinnt es steht zwar da, das Geld zurück garantie, aber es kriegt ja nicht ich weiß ich lagge das seh ich auch weißt du wie bist müssen angreifen es sammeln ich schon wieder weiß ich doch nicht warum du lachst oh ich zeig ich nicht mehr wir haben doch jetzt da oben ist einer, mann ja, der hat mich schon zweimal weggenommen mich an ach, das ist schon ein Steam-Ting und der kredit ist schon wieder für den Arsch haben wir es endlich jetzt erhobert oder nicht? ja, das müssen wir es halten ja, schon die ganze Zeit sammeln, sagt er ja, vorne mann sich selber sammeln, dann kann er sich sammeln ja oh, da kommen sie mann, wie lang brauche ich um eine Granate zu werfen, bitte? das ist ja total gefixt, weißt du das? echt? mhm, du brauchst ewig um eine Granate zu werfen da schreit die ganze Zeit jemand sammeln, aber wir sind irgendwie alle da vorne ja, dann hab ich grad auf den Berg hoch gehievt dumm, der Typ eben so gelähmt, ey ja, wir wollen hier nur snipern, hier oben hier oben kannst du echt gar nichts machen ich weiß nicht mal, wo ich hier bin bist du irgendwo ich hieß nicht immer ah, da ach so ach, da ist einer bei dir oh, ich hab mich gekillt wo? da, neben dem Fenster war einer bist du da runtergesprungen? ja, er hat mir eine Granate reingemacht, sicherheitshalber oh ja, Granate ziehe zerstört sniper ja schliff, schliff, meiner fucker ist so einer, ist der Stemme da oben oh, rutscht der mir ein, nein müssen wir jetzt die nächste Basis einnehmen? äh, ne immer verteidigen bist du auch immer lame eben, grad eben war Ziel zerstört, aber ich glaube wir sind eins schon mal weiter ne, ich hab mir nicht, da müssen wir ein neues Ding einnehmen ich dachte ich auch, aber scheiße warum hat die nicht geschossen? ne, French-Igons ne, French-Igons ne, French-Igons ne, French-Igons weh mag nachladen mit der mag ich kaufe dir die Waffe, die ist OPO in der Ende welche denn? keine Ahnung, sieben, ich habe die hat 100 Schuss Mg, das willst du auch sehen keine Ahnung hat nur 27 gekostet 2.700 2.700 klar wusste dass ich da bin wenn ich mal nachladen kannst du schießen z8 84 mg da tatsächlich ein mg ich hab was gekauft was für einen schaden macht wir müssten echt mal sunny spielen weil wir brauchen irgendwie sunny oh shit spiel aus sunny ok ich mach's mal klassen wechseln lebst du? nö, tot mal wieder, sie haben den kommandoposten eingenommen so jetzt mit der shotgun hier was ist das schwul granaten yeah, good kill all den shotgun überlegt deck mich deck mich im arsch das ist mit den schuhen kombiniert mit mg ist geil wir haben kommandoposten erobert haben wir den kommandoposten, Gott weggefickt weggefickt boah ich bin zu schlecht beim zielen mit der shotgun, Alter, oh mein Gott das ist richtig schlecht einfach nein, die haben unseren kommandoposten noch den und wir haben caregivers was hast du, was hältst du von diesem modus? keine ahnung ich weiß immer noch nicht was wir genau machen müssen ne eben wir halten die Systeme ist irgendwie so wie Sturm irgendwie nur dass du halt einen Punkt hast und irgendwie halten musst und einnehmen musst eben keine Luftangriffanimation keine ahnung ich verstehe den Modus noch nicht so ganz du musst Angriffe anfordern aber verstehe immer noch nicht so ganz eben ich sehe den Luftangriff gar nicht ich auch nicht da steht vielleicht mein Ziel zerstört aber ich kann nicht holen Markus ich bin tot ich weiß ich kann nicht holen also da kommt einer ah geiler Scheiß geiler Trecker ja immer mit dem NG sindlos in die Menge halten oh Sniper bin wieder tot nimm dir, achso, bist du so wie ich ja mal ein Sniper da oben gehackt ja da wären nur Sniper da oben gehackt aber warum Royal Golden Cobra, das ist doch schwul wie ODIF, wie schwul ja das hat ja voll was gebraucht den R und D umzutauschen alter wie der hat die wegfickt das MG auch hab ich gerne gefickt muss die Animationserminze ja, wir haben gewonnen oh, letzte Killer habe ich bekommen mit der Schuttgart oh, ich bin letzt 14, 16, was hast du? ich hab ne 9, 11 leider hab mich gewonnen, Alter ist auch geil oder, man, wir gewonnen ja, wir guck mal, du brauchst die goldene Schlange brauchst du als Emblem ah, das ist geil ah, das ist geil M passt zu deinem Namen ja was hab ich gekriegt? 200 Dollar 281 Dollar 0,900 KT ich glaube 4,260 alles klar würd ich sagen wir sind jetzt mal zu einer weiteren Folge von Warface wahrscheinlich zur Störung wieder, oder? ja mit Futur wahrscheinlich vielleicht sogar mit Sven mal schauen und ich sagen tschüss tschüss tschüss